Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Staxl und Ne, nicht rausnehmen. Einfach nur die Maschine stoppen. Danke. Wir haben unser Lager wieder ein wenig voll gemacht. Die Morgenrunde mit den Tieren habe ich schon hinter mir. Ich wollte mal eben gucken, was können wir denn hier holen. Nix. Sehr gut. Okay. Dann verkaufen wir mal eben. Ich habe wieder ein paar Spiegeleier gemacht. Juhu. So, einmal springen. Erstmal wieder organisieren, weil ich habe da ein bisschen was im Kopf. Ihr wisst ja, die Morgenrunde besteht immer daraus, nicht nur die Tiere glücklich zu machen, sondern auch hier weiterzukommen. Hi, hast du ein neues Rezept? Oh ja, ein Gemüsekuchenrezept. Kaufen kostet viel Geld, gar keine Frage, aber wir können es ja gebrauchen. Das legen wir hier hin. Den Hammer wollte ich noch weg. Ich weiß nicht, ob wir den Hammer behalten sollen oder nicht. Was ich mal noch bräuchte, bevor wir das kaufen, gucken wir erstmal, ob es Karotten gibt. Ich habe nämlich noch gar keine Karotten. Das ist wieder mal sehr voll wunderlich. Mal eben Zeitmaschine. Wer hat... Ich besitze. Blablub. So. Warte mal. Haben wir nicht irgendwo ein Schmetterling hier? Weil der... Äh, Worlen will doch ein Schmetterling. Können wir das hier nicht irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Wir sind natürlich voll. Das ist wie immer so. Also nicht besoffen, sondern voller Materialien. Das ist aber auch wieder typisch, weißt du. Ich bin am weitesten weg von drei Schmetterlingen, wo ich genau weiß, dass die da sind. Aber ist ja egal. Er will irgendeinen Schmetterling. Dann holen wir ihm einen Schmetterling. Und, ähm... So. Äh, weiter geht's. Das können wir mal essen. Wir müssten überhaupt mal mehr essen. Ja, guck mal hier. Jetzt habe ich Super Pursuit Mode. Doppelstufe. Dann gehen wir mal wieder zu Live. Live. Ist live. Na, 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 na. Ja, er will was von Cecile, die alte Sau. Hast du Möhren? Nee, ne? Ich habe nämlich auch keine Möhren. Ach, weißt du. Ich und meine Ideen. Ich will ja Möhrenkuchen herstellen. Steckrübensamen, Birne, Mandarinenbaum, Bananenstaude, rote Beete, Zwiebelsamen, Zuckerrüben, Kohlsamen. Kohlsloh. Hm. Nee, auch nicht, ne? Hast du irgendwas dazu bekommen? Neue Rezepte? Nö, hier ist alles unverändert. Die haben wir alle in uns eingesogen. Regale werde ich bei dir nicht bekommen. Also hier müssen wir übrigens noch Saatgutschild, beziehungsweise hier müssen wir noch so ein bisschen was machen, ne? Feengras, Samen. Wir können also irgendwas mit Feen machen. Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was das soll. Aber hey, wen interessiert es denn? So. Weiter geht's. Was habt ihr denn? Birne. Ihr habt dasselbe, ne? Also das sind jetzt alle die Gemüsesorten, die man jetzt zünden kann. Das hilft mir nicht weiter. Du hast nur Klamotten. Du hast auch nix, wo ich jetzt sage. Muss ich unbedingt kaufen. Fernsehen interessiert mich im Spiel genauso wenig. Hi. Ähm. Was hast du? Ach, das ist ja auch uninteressant. So. Ähm. Dann holen wir uns hiervon noch ein. Dann gehen wir in den nächsten Laden und gucken mal. Hi. Einfach mal mit dir reden. Äh. Meinster kommt klar. Ja, 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 der schafft ja schon. Der Leif ist ein ganz starker Bursche. Ähm. Hier ist auch nichts Neues, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Rezepte haben wir alle schon. Und hier sind wieder die üblichen Verdächtigen. Aktuell kommt nichts dazu. Alles klar. Ähm. Dann müssen wir nochmal hier rüber. Ihr wisst ja, das ist jetzt die Tagestour, ne? Die muss jeden Tag so sein, sonst, äh, übersehe ich wieder irgendwas Sinnvolles. Sonnenbrille, diese komischen Hüte, Rahmen, Eis, Glückskiste, Schweizer Käse. Hier ist zum Beispiel ein Obstsalatrezept. Ein Rezept. Und ein Rezept. So. Die können wir mal eben lernen. Ne? Einmal in den Kopf kloppen. Äh. So. Dann wollten wir verkaufen. Der Hammer. Also, ähm. Wir machen mal folgendes. Wir verkloppen den Hammer mal nicht. Ich weiß nicht, ob man den noch aufwerten kann oder so. Keine Ahnung. Äh. Oder ob das wieder nur irgendwas ist, was wir eigentlich nicht brauchen, weil wir schon einen Hammer besitzen. Der natürlich auch wesentlich besser sein dürfte als der. Weil wir ja für teuer Geld aufgewertet haben. Ich bin übrigens, äh, zwei Tage weiter. Immer noch nicht, weil es alles an einem Tag aufgenommen wird. Wie man das mit der Holzverarbeitung machen kann. Also, Eris wird noch ewig lange auf ihren Scheißwagen warten. Kann ich nichts für. Hab ich nicht zu bestimmen. Ich war das nicht. Ich kann da nichts für. So. Erstmal die Schuld von mir schieben. Ich weiß immer noch keine Lösung. Dementsprechend keine Ahnung. Achso, ich hab Rezepte gekauft. Ich wollte gerade schon wieder rummosern und sagen, wieso hab ich denn so wenig Geld? Kann ja nicht sein. Aber ich hab ja gerade Rezepte gekauft. Einfach nur, damit wir möglichst viele Rezepte haben. Vielleicht haben wir ja mal irgendwann die Chance, da irgendwas Sinnvolles rauszumachen. So. Worlen. Du bist auf dem Festivalgelände. Da rennen wir mal eben hin, weil ich hab einen Schametterling für dich. Du wolltest ja einen haben. Renn doch nicht weg, du Hasenzahn. Meine Güte. Zwei neue Funde. Gestatte mir, sie in meinen Aufzeichnungen aufzunehmen. Dafür verdienst du zehn Worten Enzyklopädie-Punkte. Du hast dann jetzt insgesamt 740. Oh, welch prachtvolles Exemplar. Ausgezeichnete Arbeit, Fett-LP. Leider kann ich dieses Exemplar derzeit nicht gebrauchen. Es wäre sicher einfacher, wenn wir einen umfassenden Katalog mit Klassifikationsschema hätten. Live- und Farm-Fan kennen sich auf der Insel gut aus. Darf ich dich darum bitten, sie aufzusuchen? Äh, ja, 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 ja. Morell, hast du irgendwas für mich? Ich muss ja jeden Tag mit euch quatschen. Ich pass hier nicht durch. Ach, verdammt so fett. So, live. Live weiß man, wo er ist. Ihr seht, so kommt wenigstens ein bisschen Bewegung rein, weil wir eine neue Quest haben. Live! Hm, du möchtest also mehr über die Schmetterlinge auf der Insel erfahren? Hier gibt es eine reiche Vielfalt. Die sind bestimmt schon einige Arten über den Weg geflattert. Zu den seltensten Arten zählen die Monarch-Falter und die Zebra-Falten. Ich glaube, wir sind hier auch schon mal auf Himmels-Falter begegnet. Es gibt von weiteren Arten, aber das sind schon mal die wichtigsten. Himmels-Falter ist mir noch nicht aufgefallen. Ich befürchte mal, der will das haben. Farm-Fan ist da hinten. Dann rennen wir mal hier wieder durch. So. Farm-Fan. Ich glaube ja, die will was von mir. Die macht mich immer so an, weißt du. Hey! Max! Ich stehe doch hier nur rum. Ich trage eine ganz große Verantwortung. Auch was die Zukunft der Stadt betrifft. Und Geld haben wir nie. Kaum ist Geld in dem Stadtsäckel, ist er doch schon wieder auf meinem Konto. Alle weg, meine ich. Die Gebäude werden mir nicht lange überdauern. Es ist meine Vermächtnis für alle, die nach mir kommen werden. Ich bin nämlich reich. Und das ist nicht aufregend, die Flyer zu verteilen für unser nächstes großes Fest. Da kommt richtig Leben in die Stadt. So, und jetzt mach dich mal bei. Schmetterlinge? Eigentlich interessiere ich mich ja für die Farm-Dinge und so. Aber ich habe, glaube ich, ein paar blaue Schmetterlinge und rosa Schmetterlinge gesehen. Und lila Schmetterlinge und weiße Schmetterlinge und auch gelbe. Beantwortet das deine Frage? Nö. Wie geht's, Fett-LP? Wohl auf. Ja, alles super. Danke. So, jetzt habe ich mit denen gequatscht. Dann muss ich, glaube ich, wieder zu Worlen zurück. Sicher ist sicher. Worlen. Wo ist denn Worlen? Worlen? Worlen. Versteckst du dich? Ist wahrscheinlich ein Doppelgesicht da hinten, oder? Worlen, mein Freund. Und Kupferstecher. Worlen. Ja, der Oskar macht Werbung für sich. Keiner will Oskar wählen. Weil da müssen wir nämlich jeden Tag putzen. Wer will das schon? Ah, Worlen. Hier, ich habe mit allen gequatscht. Hervorragende Arbeit. Eine vollständige Liste aller heimischen Schmetterlinge. Aber es scheint, als wäre der Schmetterling, den ich suche, hier nicht zu finden. Herr Hevers bleibt mir jetzt noch übrig. Hirana kennt sich damit aus, aber ich möchte sie damit lieber nicht behelligen. Genug des Jammerns. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Hier hast du viel Geld. Worlens Taschenuhr. Es ist zwar nicht viel, aber vielleicht trägt es zu einer Erweiterung. unserer Sammlung bei. Komm jederzeit vorbei, wenn du etwas Neues. Ich erwarte geradezu. Grandiose Erdeckung. Und wir haben, hast du zufällig kürzlich meine Tochter gesehen. Ich habe irgendwie ständig das Gefühl. Also wir haben die Taschenuhr ihm aus der Tasche geklaut. Hervorragend. So. Dann die Taschenuhr, wir legen sie mal eben ab an unserem Zentralplatz. Nämlich in unserem, äh, hier, ne? Weiß ich. Weiß da, ne? Weißte, weißte, weißte. So. Das ist einfach nur anquatschen. Dann haben wir Kommunikation und, äh, zack. Ich weiß doch auch nicht, was ich sonst mit der soll. Das ist doch furchtbar. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen spät. Ich wollte nämlich noch eine Sache mit euch machen. Rein von der Aufnahmezeit her geht das auch noch. Und zwar wollte ich eigentlich Karottenkuchen herstellen. Geht natürlich nicht, weil wegen, keine Karotten. Ich brauche Butter, Backpulver, weißer Zucker. Ich kaufe mal 10. Weißer Zucker, Mehl. Hör mal, Hasenzahn, deine Auswahl ist jetzt aber auch nicht die Mördergrößte, ne? Würde ich ja nur mal gesagt haben. Na gut, gehe ich zu live. Wenn du das Geschäft nicht machen willst, mir ist das doch egal. Puh, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Wem das noch was sagt. Butter. Einen schönen Schlag Butter, Schätzlein. Ein bisschen Salz. So. Und wir brauchen Mehl. Ne, das Reis. Joghurt. Hefe, Ei, Sirup. Einfaches Mehl. Zack. Haben wir wieder viel Geld ausgegeben. Ist aber nicht so schlimm, weil... Hätte ich ja eigentlich mal markieren können. Irgendwas mit Mango war das doch, ne? Was war das? Ne, Pfirsich. Pfirsichkuchen wollte ich machen. Das ist nämlich das Rezept für Pfirsichkuchen. Dann lasst uns die Chance nutzen. Mal schnell nach Hause rennen. Äh... Das dauert aber auch. Na komm. Gib mal Jass, Junge. Müssen wir mal wieder Honig machen. Haben wir auch schon... Uh, lange nicht mehr gemacht. Hallo. Ach, wir könnten den Maschine einstellen. Dann sammeln wir gleich wieder... Äh, was müssen wir denn machen? Also. Einfaches Mehl. Mischen. Mischen. Hier. Den roten Saft nehmen wir mal weg. Ähm... Butter. Salz. Und Mehl. Müssen wir mischen. Das machen wir jetzt, äh... Zehnmal. Ja, das dauert ja Gott sei Dank nicht so lange. Oh, der Tee ist noch warm. Ich schenke mir mal einen ein. Also nicht wundern, ich mach das hier so ein bisschen einschenken und immer wieder auf den Knopf drücken. Also übrigens interessant, heute habe ich Pfirsich Mango als Tee und wir backen Pfirsichkuchen. Was wollen wir mehr? Und ich hatte euch ja vor höchstens 60 Folgen versprochen, dass wir auch mit dem Backen und so weiter anfangen. Was? Ja, ich bin so ein Kronensprecher. So. Wir haben zehnmal den. Jetzt müssen wir Pfirsiche schneiden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schneiden haben wir da hinten. Oh, der hört sich aber schwach an, der Motor. Da müssten wir aber mal, äh, äh, Tim Allen anrufen, damit der hier mal ein bisschen mehr Power reinbringt. Also ich weiß nicht, um Pfirsich, ne, so wie er aussieht, in vier Teile zu schneiden, brauche ich aber nicht so eine Häckselmaschine. Aber gut, wir machen Pfirsichpüree, wird es das wahrscheinlich darstellen. Dauert noch ein bisschen, aber wir schneiden uns den Wolf, der sich den Wolf schneidet. Vielleicht schneiden wir auch den Wolf mal auf. Ist ein bisschen eintönig, gebe ich ja zu. Aber du kannst die Zeit ja nutzen und der A das Rezept angucken, was ja mörderschwierig ist, weil das hier ist jetzt wirklich ein spielerischer Mehrwert. Wenn du nicht weißt, wie man Pfirsichkuchen herstellt, ist das sozusagen der Walkthrough. Und dann müssen wir kombinieren. Ich dachte immer, das wäre, wie hört sich das denn an? Einmal reinschießen. So, und dann machen wir uns nämlich einen schönen Kuchen fertig. Aber ihr seht, das ist ein ungebackener Kuchen. Und wir merken uns hoffentlich, dass wenn wir mal eine richtige Küche herstellen, so eine richtige Küche, ne, mit 100 Regalen und alle Werkzeuge drin, dass wir da auch einen Kombinator mit reinbauen. Ja? Denkt da bitte dran. Ja, jetzt backen wir uns den Wolf und ja, es wird super, oder? Also richtig funktionieren, funktioniert es noch nicht. Ich habe noch nicht den richtigen Punkt gefunden. Ich muss aber mal folgendes machen. Also, ich gehe mal eben hier raus, sammle die Sachen mal eben. Schmeiß die da rein. Denn wir müssen ja noch die, ähm, die Sternengeschichte sammeln. Nö, wenn wir schon mal dran sind. Das mache ich ja jeden Abend, deswegen haben wir ja auch ein paar. Und müssen uns nicht bange werden, wenn da wieder mal so ein Rezept ist. Gebt 7000 Sterne aus, äh, für irgendeine Shit. Und die hängen schön eng beieinander. Und dann haben wir es nämlich für heute geschafft. Und ich mache für nächstes Mal fertig die Kuchen. Dann können wir die nämlich auch verkaufen. Genauso mit dem anderen Schrempel hier drumherum. Ich hoffe, dass das Inventar nicht völlig zugemüllt ist. Dass ich nicht, äh, wegen zwei Sachen verkaufen, hier wieder hin und her rennen muss. Wünsche euch, wow, jetzt aber einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Hala, die Waldfee. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns, ähm, bereits übermorgen zu einem neuen Let's Play Stachsel. Oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.